Geld verdienen im Schlaf. Wäre es nicht schön, die Möglichkeit zu haben, während des Schlafens Geld zu verdienen? Nun, das Ganze muss kein Traum bleiben, denn mit diesen drei Apps in diesem Video ist das Ganze tatsächlich möglich. Es sei vorher noch einmal gesagt, mit diesen Apps wird man jetzt kein Millionär über Nacht oder baut hier die großen Summen über Nacht auf. Allerdings ist es tatsächlich möglich, ein kleines Einkommen über Nacht zu erwirtschaften. Viel Spaß beim Video. Fangen wir also direkt mit der ersten App an, mit der man es schaffen kann, im Schlaf Geld zu verdienen. Und zwar, wir sind jetzt gerade im Google Play Store und nicht verwirren lassen, dass hier steht, diese App ist mit deinem Gerät nicht kompatibel. Das liegt daran, dass ich das Ganze hier auf dem PC aufnehme und das System hier ist logischerweise aufs Handy ausgelegt. Also es sind Apps fürs Handy bzw. fürs Smartphone. Und ja, Cash4SMS ist eine App, die komplett kostlos ist und ab null Jahren freigegeben ist. Das heißt, jeder kann sie sich komplett gratis runterladen. Und wie kann man das jetzt schaffen, mit dieser App im Schlaf Geld zu verdienen? Und zwar, das Prinzip sieht folgendermaßen aus. Cash4SMS verschickt die SMS, die man sowieso nicht benötigt. Das heißt, Leute haben vielleicht einen Handyvertrag und diesen Handyvertrag haben sie hauptsächlich für das Datenvolumen. Ist ja bei vielen heute so, weil ich kenne zumindest keine Person, die noch wahnsinnig viele SMSen verschickt bzw. SMS verschickt. Und das macht sich Cash4SMS eben zunutze, dass sie die SMS von Leuten verschickt, die sie gar nicht benötigen. Das heißt, die SMS werden einfach an Firmen verkauft, weil man kennt es ja selbst, wenn man zum Beispiel sich bei einer neuen App oder bei einem neuen System anmeldet, muss man beispielsweise ein SMS-Bestätigungscode zugesendet bekommen. Und solche SMSen werden dann hiermit mit dieser App verschickt. Und man wird quasi dafür bezahlt, dass man seine SMS, die man sowieso nicht benötigt, zur Verfügung gestellt. Und ja, die SMS, die kriegt man ja sowieso, weil man meistens in seinem Handyvertrag meinetwegen 100 SMS freigeschaltet hat. Und wenn man sie sowieso nicht benutzt, kann man sie ja hiermit einfach an Cash4SMS verkaufen und wird dafür bezahlt. Ich habe hier mal ein paar Bewertungen von Nutzern. Offen und wir lesen uns das Ganze jetzt mal durch. Also mal ernsthaft, Leute. Die App ist ja wohl mit das Beste, Lukrativste, was ich gesehen habe. Von jetzt auf gleich keine Telefonkosten und vielen Dank ganz Cash4SMS-Team. Genau, so kann man es eben auch sehen, dass man hier mit den SMS einfach seine Telefonrechnung bezahlt. Ist somit auch eine gute Option. Hier sehr zufrieden mit der App. Und ja, ich finde die App super. Man kann viel Geld damit verdienen. Das heißt, das ist hier tatsächlich eine SMS, eine App, mit der man wirklich gut was verdienen kann. Und ja, man kann das Ganze eben über Nacht auch laufen lassen und hat dann eben auch teilweise durch die Zeitverschiebung, weil das Ganze natürlich international ist, hat man dann über Nacht einfach mit Cash4SMS Geld verdient. So, Link zu Cash4SMS wie auch zu allen anderen Apps, die ich hier drin vorstellen werde in diesem Video, ist in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr einfach raufgehen und euch die App komplett kostenlos runterladen. Und jetzt geht es weiter mit der nächsten App. Als nächstes haben wir hier ein Klassiker und zwar Honeygain. Link zu Honeygain ist in der Videobeschreibung, weil Honeygain findet man für gewöhnlich nicht im App Store und deswegen habe ich euch Honeygain verlinkt. Wenn ihr über den Link in meiner Beschreibung startet, könnt ihr auch ein kostenloses Startguthaben bekommen. Und wie funktioniert das Ganze? Wie kann man jetzt hier mit dem Schlaf Geld verdienen? Das Ganze sieht folgendermaßen aus. Hier hat man jetzt keine SMS wie bei der anderen App, sondern hier hat man einfach die Möglichkeit, dass man sein Datenvolumen, was man nicht benötigt, einfach Firmen zur Verfügung stellt und dafür bezahlt wird. Wir sehen es hier schon, das ist ein einfacher Weg, um passives Einkommen zu verdienen und hier sehen wir auch schon Geld verdienen in der Nacht, das heißt im Schlaf Geld verdienen. Man hat hier kein Sicherheitsrisiko, das Ganze ist geprüft und sicher und man kann hier auch seine Einnahmen schätzen, das heißt man kann gucken, wie viel man ungefähr verdienen würde. Hier steht jetzt nur 9 Euro pro Monat, allerdings haben wir hier auch die niedrigsten Einstellungen, das heißt man kann das Ganze auf sein Handy runterladen, aber auch auf dem PC oder eigentlich auf dem Laptop auch. Also alle Geräte, die irgendwo mit dem Internet etwas zu tun haben, die können Honeygain installieren und somit passiv Geld verdienen. Wir können ja hier einfach mal hochgehen, auf wie viel wir haben, zum Beispiel hier 2 GB würden wir 12 Euro bekommen und das Ganze geht dann hoch auf bis zu 57 Euro pro Monat. Und hier können wir auch noch die Zeit einstellen, wenn wir das Ganze hier 4 Stunden machen, haben wir 61 Euro und so weiter und so fort. Das finde ich auch ganz cool, da kann man schon mal vorher sehen, wie viel man ungefähr verdienen würde. Und ja, hier sehen wir nochmal wie das Ganze funktioniert, könnt ihr euch ja selbst nochmal anschauen mit dem Link in meiner Beschreibung. Und ja, jetzt zeige ich natürlich mal eben meinen Account, weil ich habe das Ganze natürlich auch schon getestet. So, hier sind wir jetzt in meinem Honeygain Dashboard Account und wir sehen jetzt folgendes. Ich habe hier jetzt bereits knapp 5100 Punkte drauf, das wären genau 5 Euro knapp und ja, was habe ich dafür gemacht? Ich habe einfach eigentlich gar nichts gemacht. Ich habe einfach nur die App hier im Hintergrund laufen lassen und die App verdient dann automatisch das Geld. Als Beispiel, man kann das Ganze natürlich auch übers WLAN machen und dann werden einfach die Daten, die nicht benötigt werden, das heißt, es wird euch nichts irgendwie weggenommen, was ihr benötigt, sondern nur, wenn ihr irgendwelche Daten nicht benötigt. Als Beispiel, wenn ihr jetzt einen Handyvertrag habt und da habt ihr 10 GB pro Monat, ihr braucht aber nur 8, dann werden eben die 2 GB hier, die ihr sowieso nicht braucht, werden hier diese App zur Verfügung gestellt und dafür werdet ihr dann bezahlt. Und eben hatten wir ja schon das Beispiel mit der Handyrechnung und hier kann man das Ganze dann auch wieder rechnen und zwar, wenn man beispielsweise einen Vertrag hat, der 10 Euro pro Monat kostet und man verdient hiermit schon 10 Euro, dann hätte man quasi nur durch Handygain seinen Handyvertrag gratis. Nur mal so als kleiner Tipp nebenbei und wie gesagt, hier kann man auch dann komplett kostenlos sich die Windows App runterladen für Mac und eben auch als Android App kann man sich das Ganze auch kostenlos. Wie gesagt, wenn ihr Statut haben wollt, Link dazu in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir zur letzten App. Und als letzte App haben wir hier Trade Republic dabei. Ich bin mir sicher, einige kennen das Ganze schon, zumindest aus der Werbung. Seitdem ich Trade Republic nutze, trade ich tatsächlich häufiger, also das lief ja ziemlich viel, diese Werbung. Und ja, die anderen beiden Apps, die ich vorgestellt habe, waren ja aktiv. Das heißt, man hat wirklich aktiv was bekommen und hier ist das Ganze, würde ich sagen, eher passiv, weil man natürlich hier beispielsweise investieren kann. Und dann ist es schon öfter vorgekommen, dass einfach die Kurse über Nacht gestiegen sind und somit hätte man hiermit auch über Nacht Geld verdient. Ist natürlich jetzt nicht so direkt wie die anderen beiden Apps, allerdings ist das Ganze auch gut. Und was mir hier persönlich sehr gut gefallen hat, war, dass es auch für Anfänger gut geeignet ist, weil wir sehen es hier schon, wir haben hier einfach null Depotgebühren und insgesamt extrem wenig Kosten. Nur pro Aktienkauf 1 Euro Kosten und das ist wirklich extrem, extrem günstig und derzeit ist Trade Republic auch der Testsieger in diesem Bereich, weil es gibt keine andere App bzw. keinen anderen Anbieter, der das Ganze hier so günstig anbietet. Link zu Trade Republic ist ebenfalls in der Videobeschreibung. Und was hier eben weitere Vorteile noch sind, man kann sich das Konto in unter 10 Minuten eröffnen und hat kein Mindestvolumen. Das heißt, man muss jetzt nicht irgendwie 1000 Euro zwangsläufig investieren, man kann auch einfach nur ganz wenig investieren oder sich das Ganze einfach nur mal anschauen. Und ja, wir haben ja auch eine sehr gute Bewertung. Ja, wie gesagt, das Ganze hier ist eher passiv, das heißt, man investiert und über Nacht können dann die Kurse steigen. Wie gesagt, die Kurse können natürlich auch fallen, deswegen hier keine Garantie. Bei den anderen beiden Apps kriegt man auf jeden Fall Geld, allerdings natürlich jetzt auch nicht so viel und hier hat man natürlich die Chance, eine alte Börsenweisheit, man kann 100% verlieren, aber man kann auch 10.000% theoretisch gewinnen. So, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Drei Apps zum Geldverdienen im Schlaf und wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr mich gerne abonnieren und einen Kommentar oder ein Like da lassen. Und wenn ihr noch andere Möglichkeiten kennt, wie man es schaffen kann, online Geld zu verdienen oder auch im Schlaf zu verdienen, Geld zu verdienen, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!